und wie war euer sonntag heute war gut hallo spieler nicht so lange überlegen gefährliches pflaster hier vorne immer noch mal grafikkartenraum falls ich da bis hin kommen aber baustelle hier ist ein trick hier kann sich reinstellen da sieht sich schlecht einer als spieler achten da nicht drauf hier hoch und mal brenzlig werden hier ist map ende da kann schon mal nichts kommen und von da glaubt nicht haben noch spieler aber ob ich Was willst du denn mit so einem Schrott? Aber kann man verkaufen. Oh, 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 oh. Wo ist der? Das ist auf jeden Fall noch. Habe ich aber noch nicht gespottet. Mein Leben ist vorbei. Anni, hier so ein Stück. Da ist ein Container drin. Kann ich noch was machen? Ich nehme aber die Scheiße sehr close. Egal, komm. Ja, ich muss zuhören. Ja. Gut. Ja. 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 Was haben wir denn da drinnen? Nehmen wir aber mit. Jetzt wird es gefehlt. Da ist jetzt ein Spieler. Ja. 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 Dann wird es wieder raus. schluss das ist ein film wo für gänger ich frage ich jetzt ein feld das war auf jeden fall kein profi und einer vorne spieler weggelaufen war das jetzt der spieler ich habe keine ahnung und wieder ein weggeballert als kaff danke schön so weg alte fresse ich knall dich über den hofen ausschluss mir nicht die sache weg hier noch die schöne sachen drin mt fresse ich doch nochmal durchsuchen wir müssen tauschen aber schön gesammelt der kleine in roth kann er weg wenn man das das passt nicht wenn man nicht brauche ich nicht deswegen hat man hier noch schönes das ganze spiel anderer spiel da müssen wir noch mehr legte klopapier klopapier ja 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 können wir nachher machen zerträgt dann ich bin tot es ist mal spieler mit stadt zwar in der mitte